Anlässlich des deutschen Turnfestes war ich 1968 zum ersten Mal in Berlin. Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Ja, mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht. Niemand hat die Absicht. Niemand hat die Absicht. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018